Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Intim, dem Sex-Podcast von Eis.de. Und ich bin nicht allein, ich bin wieder unter meiner Kuscheldecke mit der lieben Nadine. Hallo Nadine. Hallo Ben. Ja, wir reden heute, wir steigern uns ja immer, habe ich das Gefühl. Wir haben ja letztens, also erst haben wir über Zweier geredet. Genau, dann haben wir über Dreier geredet zuletzt. Und jetzt setzen wir noch einen drauf. Wir, nicht Vierer, Fünfer, Sechser, sondern wir reden über ganz viele, über Sex-Partys. Genau, auch Orte, an denen sich mehrere Menschen zusammenfinden, um ihrer Lust zu frönen. Das hast du voll schön gesagt, ich finde. Und ich finde das ganz spannend, weil ich habe da überhaupt gar keine Erfahrung mit. Ich hatte letztens so ein Erlebnis, das waren aber nur vier Leute und ich weiß nicht, ob ich das unter Party verbuchen kann, aber es war super lustig. Ja, das erzähle ich einander mal. Aber du warst ja schon, und du hast ja auch schon mal erzählt, dass du das ganz spannend findest und interessant, was da alles so inspirierend fand. Inspirierend. Genau, das ist vielleicht ein interessanter Punkt, was daran so inspirierend ist. Und ich werde dich ein bisschen ausquetschen, wenn ich das darf. Natürlich. Und du möchtest mir mal ein bisschen was über Sex-Partys erzählen. Wie ist denn das? Wie siehst du das auf so einer Sex-Party eigentlich? Warum geht man da hin? Was macht man denn da? Wie sieht denn das aus? Ja, das ist mal ganz wichtig, um das vielleicht im Vorhinein abzugrenzen. Also ich war jetzt selbst wirklich nur auf Sex-Partys, beispielsweise nicht auf Swinger-Partys, wo es ja in erster Linie darum geht. Man geht mit seinem Partner dorthin und im Endeffekt entsteht quasi dann sowas wie ein Partnertausch. Das ist ja eigentlich so die typische Dynamik auf einer Swinger-Party. Sex-Partys hingegen, da kannst du alleine hingehen, da kannst du in der Gruppe hingehen, da kannst du mit deinem Partner hingehen, in deiner Affäre, wie auch immer. Weil wie der Name schon sagt, Sex-Party, also es steht eigentlich beides im Vordergrund. Du kannst dort auch einfach nur feiern, kannst aber auch Spaß haben. Gibt es da Leute, die nur feiern? Ja, total. Doch, definitiv. Jetzt gerade zum Beispiel in Berlin, ich meine, ein typisches Beispiel, den Namen kennt jeder irgendwie, das KitKat. Ja, kenne ich. Ja, genau, das ist zum Beispiel, ja, da gibt es genauso viele Menschen, wenn nicht mehr, die einfach nur zum Feiern und Gucken dorthin gehen, als Leute, die auch wirklich dahin gehen, um Spaß zu haben oder irgendwas Neues auszuprobieren, also auf sexueller Ebene. Für die Leute, die da nur hingehen, um zu feiern, warum würdest du sagen, oder machst du es vielleicht auch manchmal, feiern die da nur? Also ohne Sexualität? Weil das einfach ein unglaublich freies Feiern ist. Also ich hatte selber zum Beispiel auch noch keinen Sex auf einer Sex-Party. Ich habe da sehr interessante sexuelle Erfahrungen gemacht. Reden wir jetzt gleich nochmal. Ich bin gespannt. Genau, reden wir ja gleich genauer drüber. Aber das ist einfach ein unglaublich freies Feiern in der Hinsicht, dass, ja, du kannst da hinkommen, wie du magst. Sei es im Kostüm, sei es nackt, sei es angezogen. Aber es gibt einfach nicht diese Dynamik, wie ich die zum Beispiel auf anderen Partys oft erlebt habe, wo ich mich als Frau irgendwie schnell so ein bisschen belästigt fühle oder irgendwie blöd angemacht werde oder sonst was. Das gibt es halt einfach nicht auf diesen Sex-Partys. Also das finde ich wirklich super spannend, dass du da, ja, du kannst dich wirklich frei fühlen. Du kannst dich als Frau nackt auf die Tanzfläche stellen, zwei Stunden tanzen. Klar, du wirst vielleicht angeguckt, eventuell auch mal angesprochen. Aber dort wird halt Nein als auch ein Kopfschütteln einfach direkt akzeptiert. Da wird nicht blöd nachgefragt oder ähnliches, warum du jetzt einen Korb verteilt hast. Also es ist wirklich einfach ein super entspanntes Feiern. Das habe ich so anders noch nicht erlebt. Also jetzt mal kurz für mich. In meinem kleinen Kopf, in meiner kleinen Welt, laufen da und tanzen da jetzt nackte Menschen auf der Tanzfläche. Das ist richtig, ja? Genau, da gibt es Menschen. Okay, das ist interessant. Ja, oder um die Tanzfläche herum, da gibt es dann oftmals ja wie so eine Art Spielwiesen oder halt Orte, wo die Leute sich zurückziehen können oder sei es jetzt Käfige, Pritschen, irgendwie Sofas. Künstille gibt es hier da auch? Ja, es gibt tatsächlich quasi in den Katakomben unten. Also immer im Keller. Genau, immer im Keller. Da gibt es auch nochmal wie so ein kleines Labyrinth, schaut es schon fast aus. Also ich habe auch, glaube ich, erst bei meinem dritten Besuch wirklich den vollen Umfang dieses Ladens ausgekundschaft. Okay, krass. Ja, und dann hast du dann hier in Andreas Kreuz irgendwie eine Ecke stehen, wo du dich drauf festnageln lassen kannst oder denjenigen, der drauf festgenagelt ist, irgendwie befriedigen, auspeitschen, was auch immer. Im Endeffekt, ich sage mal gern, das ist eigentlich so wie die Startseite von irgendeiner Gratis-Pornobörse im Internet. Du kommst da rein und siehst gefühlt alles, jede Praktik. So neben dir wird zum Beispiel gerade eine Frau irgendwie nackt unter die Decke gebunden. Daneben siehst du, wie es drei Männer miteinander treiben oder irgendwie zwei Frauen. Es gibt nichts, was es eigentlich nicht gibt. Und ja, von daher ist das eigentlich, selbst wenn man nicht vorhat, Sex zu haben, ist es unglaublich inspirierend, weil man sich so gefühlt jeden Fetisch, jede Praktik live und in Farbe ansehen kann. Und nackte, tanzende Menschen. Und nackte, tanzende Menschen. Richtig. Super Sound. Also gerade Musik treibt ja auch nochmal sehr an. Ich finde das ganz spannend, weil ich dachte mir auch immer, oder ich wollte ja auch schon, wie oft ich ins KitKat wollte. Und dachte mir immer, ich würde das auch mir einfach mal nur angucken und das erleben, dass dieses Feeling mitbekommen. Und was ist denn so, du hast ja gesagt, diese Inspiration, was ist denn da so inspirierend? Außer, dass man, also ich denke mir auch dauerhaft, da sind ja auch wahnsinnig attraktive und interessante Menschen, cool gekleidet. Und ich würde auch die ganze Zeit geil werden, oder? Ja, total. Und wenn ich Leute sehe, die Sex haben, das ist ja dann wie im Porno, wie du es eigentlich beschrieben hast, ne? Ja, also man muss dazu sagen, ab einem gewissen Grad ist es, also zumindest ging es mir, so, ab einem gewissen Grad ist es auch irgendwo reizüberflutend. Also, dass du halt, ich meine, es gibt ja auch Praktiken, die jetzt vielleicht nicht so ganz deinem Gusto entsprechen. Zum Beispiel, was entspricht da, oder was du so gesehen hast, was entsprach da jetzt nicht so deinem Gusto? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das Pärchen, das sich da, so der Typ, der seinem Freund die Faust in den Hintern geschoben hat, das war jetzt sowas, wo ich mir dachte, okay, das hätte ich mir nicht unbedingt live auf der Tanzfläche angucken müssen, weil da dann auch so ein bisschen bei mir das Gefühl hochkam, okay, was packt der jetzt als nächstes mit dieser Hand an. Das ist eine Frage. So steht der gleich neben mir an der Theke und lässt sich da irgendwie was reichen. Mir stellt sich ja die Frage, wie zur Hölle geht das anatomisch? Das genau kam auch noch hinzu, weil da auch automatisch dieses Gefühl mir aufgeploppt ist, so, wow, mein Gott, das muss ja auch irgendwie wehtun oder vielleicht ist dieser Typ auch einfach gerade tiefenentspannt oder tiefenentspannt, genau, oder sie machen es halt ständig, aber das war halt wirklich was, die standen auch noch beide auf einem Podest wirklich, also dass es jeder sehen konnte. Auf dem Floor. Genau, es war so auf dem Floor, auf dem Podest und dann dieses Pärchen. Die haben das wirklich mit einer Intensität ausgeführt, das war auch gefühlt so eine Neverending Story, also wie da immer wieder diese Faust und im Endeffekt der halbe Arm eigentlich in seinem Hintern versunken ist, so, ja, das war viel, genau. Oder zum Beispiel in dem Keller unten, da war dann auch eine, die hatte sich ja quasi ans Kreuz binden lassen und wurde ausgepeitscht. Hm, stelle ich mir jetzt interessant vor? Ja, schon, aber ich habe es als zu krass empfunden. Ah, okay. Das war so das Ding, weil, ja, also sie, sie wirkte auch irgendwie gut, ist natürlich auch und im Club, da ist auch immer eine gewisse Art von Rausch, etc., alles mit im Spiel, aber es wirkte einfach auf mich, es war zu viel, sodass ich dachte so, boah, ich sehe da gerade irgendwie nicht unbedingt krasse Lust, ich sehe da eher, das ist, weiß ich nicht, viele dreschen auf eine Frau ein. Ich meine, im Endeffekt, dass ist alles mit Zustimmung passiert, die ist auch danach wieder aufgestanden, hat es gefeiert ohne Ende, aber mein Empfinden war es halt einfach irgendwie ein bisschen zu viel, deswegen das zum Thema Reizüberflutung. Und wo hast du dann die Inspiration sozusagen gefunden oder dir geholt? Ach, da, es gab viele interessante Dreierkonstellationen am Rand zu beobachten, zum Beispiel zwei Männer, die eine Frau befriedigen, da waren, genau, da waren zum Beispiel zwei Bisex, ich behaupte jetzt immer, dass sie bisexuell waren, vielleicht waren sie auch immer heteroflexibel, wie auch immer, ist ja egal. Zwei Menschen, zwei Männer. Genau, zwei Männer, die zusammen eine Frau geleckt haben, vielleicht fand ich es super geil anzugucken und die beiden haben auch halt immer zwischendurch rumgemacht. Ich finde das sehr spannend, haben die die, also wo haben die die denn geleckt, gleichzeitig? Ja, gleichzeitig, ja, sie saß auf einer, sie saß quasi auf so einer Ledercouch am Rand von der Tanzfläche und hatte die Beine gespreizt und hatte quasi zwei Männer zwischen ihrem Bein, die sie geleckt haben und auch zwischendurch irgendwie rumgemacht haben, dann sich wieder auf sie konzentriert. Also das zum Beispiel, ja, fand ich inspirierend, dachte ich auch geil, ich wäre gerne an ihrer Stelle. Und wie macht man das dann? Also ich meine, hättest du dann einfach hingehen können und sagen können oder irgendjemanden fragen können, hey, ihr zwei, wie sieht's denn aus? Ich würde gerne mal von euch geleckt werden. Oder wie läuft das da so? Ja, wie das bei den dreien zustande gekommen ist, das weiß ich nicht. Von Anfang an habe ich das nicht gesehen. Und klar, du hast immer die Chance, irgendwo hinzugehen und quasi zu fragen. Nur ich sag jetzt mal, man erkennt ja schon als Außenstehender, sind die jetzt gerade da zu dritt so in ihrem Film und würde das jetzt gerade Sinn ergeben, da rein zu grätschen oder nicht? Also bei denen war es zum Beispiel eher der Fall, da haben viele drumherum gestanden und das wirklich einfach beobachtet. Und man hatte auch das Gefühl, dass die drei auch zusätzlich ihre Lust daraus gezogen haben, einfach beobachtet zu werden. Weil ansonsten wären sie irgendwo in eine dunkle Ecke gegangen und hätten sich jetzt vielleicht nicht auf die Couch direkt neben der Tanzfläche noch halb im Scheinwerferlicht gesetzt. Aber das ist halt sowas, ja, fragen kann man immer alles. Das habe ich auf jeden Fall doch da mitgekriegt. Da gibt es nichts, was irgendwie komisch ankommt. Aber ja, wenn diejenigen dann halt ganz klar sagen, nee, gerade nicht, dann muss man das halt auch akzeptieren. Also es ist nicht alles automatisch eine Einladung zu mitmachen. Man sollte schon fragen. Was wurdest du denn gefragt? Ja, das war tatsächlich auch eine sehr witzige Erfahrung. Und zwar, ich weiß noch, ich hatte an einem Abend, ich hatte Stiefel an, die bis über die Knie ging. Und dann kam ein Mann zu mir und sagte nur, ob er vielleicht mal an meinen Schuhen riechen dürfte. Also an meinen Stiefeln. Dann habe ich halt erst so ein bisschen gelacht, weil ich das in dem Moment gar nicht so ernst genommen habe. Und dachte so, ja, keine Ahnung, ob der das gerade ernst meint. Und dann kam er aber nochmal und sagte, nein, das ist mein Ernst. Ich würde unglaublich gern an deinen Schuhen riechen. Und dann meinte ich so, ja, okay, gut, soll ich meinen Stiefel ausziehen oder wie? Und er so, ja, das wäre schon echt cool, wenn du das machen könntest. Dann dachte ich mir, komm, egal, lass ich mich mal drauf ein. Dann habe ich dem so meinen Stiefel gegeben. Habe mich dann da irgendwie so an die Wand gelehnt, weil gut, auf dem Boden jetzt barfuß rumlaufen wollte ich auch nicht. Und dann hat er halt den Stiefel genommen, hat daran gerochen, hat angefangen, sich einen runterzuholen. Hat halt auch vorher gefragt, so, ey, ist das okay, wenn ich dazu masturbiere? Auf den Stiefel oder einfach daneben? Nee, nee, daneben. Also der hat halt die ganze Zeit den Stiefel in der Hand gehabt und daneben gerochen. Und in der anderen Hand hat er halt seinen Penis gehabt und hat masturbiert. So, und dann sagt er halt, ist das okay für dich? Ich so, ja, klar, mach. Ich fand die Situation halt einfach unglaublich witzig. Ich fand es nicht erregend, weil dafür war ja auch meine Rolle irgendwo viel zu passiv. So, er hat halt an, gut, er hat an meinen Stiefel gerochen. Ihm ging es auch nicht um dich, es ging nur um den Stiefel. Eben, ihm ging es halt darum. Nur irgendwann sagte er halt dann so, ey, darf ich dich noch was fragen? Ich so, ja, klar. Der so, kannst du mich vielleicht anspucken? Und dann habe ich halt verstanden. Ich so, ah, alles klar, das geht schon so ein bisschen auch um diese Erniedrigungsschiene in dem Kontext. Ja, ich so, ja, okay, klar, kann ich machen. Dann habe ich ihn halt angerotzt. Und wie hat sich das angefühlt? Ja, das war schon irgendwie, das wiederum fand ich ein bisschen geil, weil das einfach so dieses Machtding war, weil ich halt gesehen habe, dass ihn das unglaublich erregt hat. Und dann hat er mich noch gefragt, ob ich ihn ein bisschen beschimpfen könnte. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann ist er letztlich gekommen. Ja, und wollte mir dann noch, das hat dem Ganzen noch so ein bisschen die Krone aufgesetzt an Absurdität. Weil für mich war das eh schon in dem Moment, okay, ich habe, also ich kannte das vorher noch nicht. Es wollte vorher noch nie jemand an meinen Stiefeln riechen. Ich sollte vorher noch nicht jemanden irgendwie auf Anfrage hin anspucken oder beleidigen. Und dann hat er mir meine Stiefel wiedergegeben. Und während ich den anzog, hat er auf einmal seine Portemonnaie rausgeholt. Und dann sagt er dann so, hier, ich will dir aber jetzt noch Geld geben. Und da war ich halt so, nee, Quatsch, das musst du nicht, alles cool, ne? Und der so, doch, doch, bitte, das gehört zum Spiel, ne? Ich so, ja, okay, gut. Und dann hat er mir so 20 Euro in die Hand gedrückt. Und ja, ich bin dann in dem Moment einfach nur, ja, habe mich halt so für diese Erfahrung auch bedankt. Habe ihm noch einen schönen Abend gewünscht. Habe mich umgedreht, habe meine zwei Begleitungen dann an der Theke stehen sehen. Bin zu denen hin. Und dann haben wir halt darauf erst mal, ja, was getrunken auf ihn. Also solche Dinge passieren da. Ja. Haben da auch Menschen ganz normal Sex? Ja, also du siehst auch zum Beispiel Pärchen, die zusammenkommen und dann irgendwann einfach anfangen, miteinander zu schlafen. Halt bewusst vor Publikum. Also das ist mir schon aufgefallen. Es gibt wirklich viele, die dorthin gehen, in erster Linie, weil sie auch angeguckt werden wollen. Zum Beispiel Frauen, die ihrem Freund, es gibt da, also ich beziehe mich jetzt, was das angeht, immer speziell aufs KitKat. Deswegen, wer von euch den Laden kennt, der weiß, welchen Raum ich meine. Zum Beispiel in dieser Vorraum, wo so ganz, ganz viele Sitzgelegenheiten sind, der war halt einfach voll und auf einmal steht eine Frau auf und kniet sich vor ihrem Freund und fängt an, ihn an zu blasen. Und da hast du halt richtig gemerkt, es ging in dem Moment gar nicht darum, irgendwie noch weitere Spielgefährten oder Spielgefährtin zu finden, sondern sie hatte halt einfach Bock, ihn zu befriedigen, während drumherum, weiß ich nicht, gefühlt 200 Leute sitzen und zugucken. Ja, das ist auch so fantastische einfach, was so einfach den Kick gibt, wie zum Beispiel manchmal auch so dieses Kackolding, wo der Mann einfach zuguckt, wie die Frau, seine eigene Frau irgendwie befriedigt wird oder so. Genau, richtig. Und das mit ein paar hundert Menschen mehr auf so einer Party halt. Eben, du sagst es, was ich halt auch ganz spannend finde, man denkt natürlich jetzt im ersten Moment, ja krass, aber wenn dann sowas passiert, weil das ist ja nun mal nichts Alltägliches, dass man sieht, wie auf einmal eine Frau aufsteht und sich vor ihrem Mann kniet und anfängt, ihm einzublasen in der Öffentlichkeit. Es ist aber nicht so, als ob auf einmal alle aufstehen und sabbern da drumstehen, so nach dem Motto, geil, gar nicht. Es ist halt eher total normal. Also es gibt manche, die bleiben stehen und gucken, weil sie es erregend finden, aber es gibt auch andere, die gehen halt einfach dran vorbei, an die Bar. Das ist wie, wenn man Golfen geht und Menschen Golf spielen sieht. Ja, eben. Das ist halt da normal, auf dem Golfplatz. Genau, und das finde ich halt einfach so unglaublich entspannt an diesen Partys. Du musst halt nicht das Gefühl haben, so Sexpartys, klar, das weckt ja auch erstmal viele Ängste und Unsicherheiten. Und Druck für mich. Ja, eben, das wäre mal ganz interessant, so aus deiner Perspektive. Du warst ja noch nie auf einer Sexparty. Woran lag das im Endeffekt? Ich habe mir das immer nur vorgestellt und dachte, boah, geil, da kann ich mit anderen Frauen schlafen. Und ich kann mir das mal angucken. Das war so meine primäre Idee. Und woran lag das, dass das noch nicht so funktioniert hat? Ich glaube, es war dann doch immer diese Überwindung, sich da jetzt irgendwie anzuziehen, weil man, das kannst du ja nochmal kurz erzählen, da gibt es ja auch so ein bisschen Dresscode gibt es ja da schon. Also ich kann da jetzt nicht in meinen Sneakers, meiner Jeans und meinem Poloshirt kommen. Ja, also gut, das ist auch wieder ganz unterschiedlich. Es gibt halt Sexpartys, die auch in einem Motto direkt festlegen. Zum Beispiel, dann ist irgendwie, dann ist Fetischneid, dann wäre es halt cool, wenn du hauptsächlich in Lack und Leder, Netzstrumpfhosen oder was auch immer kommst. Am besten natürlich schwarz gekleidet und irgendwie sehr, sehr sexy. Dann gibt es aber auch zum Beispiel Partys, da ist dann sowas wie Paradise oder so das Motto. Also da kommen alle als freizügige Elfen verkleidet oder Hippies oder wie auch immer. Okay. Also es gibt wirklich Motto-Partys und an für sich, genau, wie du gerade schon sagtest, jetzt im Polohemd oder so würde ich da nicht aufkreuzen. Und man sagt eigentlich, es gibt so ein bisschen diesen Slogan, zieh das an, was du nicht auf der Straße anziehen würdest. Ah, okay. Also zum Beispiel auch Unterwäsche ist völlig in Ordnung, weil du würdest in deiner Unterwäsche nicht draußen rumlaufen. Ja, nee, nicht zwingend. Also in erster Linie fühl dich sexy und immer noch einen Tick aufreizender als das, was du auf der Straße machen würdest. Und ich glaube, daran lag es am Ende des Tages immer noch irgendwie, dass wir, wir hatten zwar schon die Idee und den Gedanken und haben uns das alles schon so ausgemalt und so cool und auch mal mit männlichen Freunden nur und auch mit weiblichen Freundinnen. Aber es war dann so nicht dieser Impuls, dass wir gesagt haben, Fisk, fuck, jetzt trauen wir uns. So, jetzt gehen wir da wirklich hin und gucken uns das an. Ja, aber was war denn das für eine Angst? Warum habt ihr euch nicht getraut? Ich glaube, wir hatten Angst vor diesem Neuen. Aber hattet ihr Angst, dass ihr dann da irgendwie performen müsst? So nach dem Motto, wir gehen jetzt auf eine Sexparty, wir müssen Sex haben. Ich glaube, es war eher so diese Scham, dass wir da noch falsch sind in diesem Metier, dass wir irgendwie unangepasst sind. Im Sinne von, wir wissen noch gar nicht, was man da jetzt macht. Dass ihr euch falsch verhalten könntet. Dass wir uns falsch verhalten. Genau, dass wir auch falsch gekleidet sind. Das war so, glaube ich, auch ein wahnsinniger Punkt. Weil ich dann auch so auf den Internetseiten geguckt habe. Okay, was sieht man da so? Und wie macht man das? Und ich habe mir so praktische Fragen gestellt. Wo habe ich denn dann mein Geld? Wenn ich nichts anhab, wo habe ich denn mein Portemonnaie? Also so, manchmal habe ich auch manchmal komische Gedanken. Und das war dann irgendwie. Ja, und vielleicht war es auch irgendwas noch im Hinterkopf, was gesagt hat. Naja, diese finale Zündung hat dann noch. Wie war denn das bei dir? Ging das einfach so? Wie war denn deine erste, wie bist du denn zu deiner ersten Sexparty gekommen? Ja, genau. Und zwar war die Party explizit für lesbische, bisexuelle und bineugierige Frauen. Und da ging es halt darum, ein Safe Space zu schaffen, wo Frau ihre Fantasie ausleben kann. Oder zum Beispiel auch das erste Mal ihre weiblichen Gelüste. Und die Location wurde auch erst eine Stunde vorher bekannt gegeben. Da wurde gar nicht groß irgendwie Werbung für gemacht, damit wirklich, ja, damit quasi für die Teilnehmerinnen so ein bisschen die Atmosphäre war. So, hey, ich gehe heute Abend auf eine Veranstaltung, aber keiner kriegt das irgendwie im Vorhinein mit. Dadurch wurde überhaupt gar kein Druck oder sonst was aufgebaut. Und ich verschwinde dann da quasi in dieses Hotel, fahre dann irgendwie ins Stockwerk XY. Und erst wenn ich drin bin in dem Raum und die Tür zugeht, dann geht es quasi los, ne? Ja, das war damals so, dass da auch noch so ein, da war noch so wieder eine Art Rahmenprogramm gegeben. Weil, ja, die Veranstalterin, denen war halt bewusst so, hey, eine Sexparty, die kann halt erstmal viele Ängste und Unsicherheiten triggern. Und deswegen wurde dann ganz viel Wert drauf gelegt. Zum Beispiel, als ich reingekommen bin, ich wurde direkt von einer Hostess abgeholt, ne? Die mir irgendwie, die mir einen Sekt gegeben hat, die mir meine ganzen Wertsachen und so abgenommen hat, die sich ja verstaut hat in einem Schrank und dann halt so ein bisschen das Apartment gezeigt. Und das war alles super schön dekoriert, ne? So ganz detailverliebt, schönes Licht. Und dann gab es noch einen Workshop zu Beginn des Abends. Da war, glaube ich, das Motto BDSM tatsächlich. Und da war dann noch eine Domina eingeladen, die so ein bisschen aus ihrem Berufsalltag erzählt hat. Und dann noch eine Frau, die irgendwie Peitschen und so herstellt. Die hat dann ein bisschen was noch aus ihrem Business und so erzählt. Die hat doch auch eine ausgepeitscht, hast du mir mal erzählt, glaube ich. Ja, das stimmt. Mich unter anderem auch, ja. Ach ja, und wie war das? Ein Rohrstock tut weh. Oh, okay. Der macht doch so doofe Streifen, finde ich. Ja, das stimmt. Die bleiben auch ein bisschen länger. Aber die Erfahrung, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Also Rohrstock ist, so Peitsche geht klar, aber Rohrstock... Mit was ihr euch schlagt. Genau, passt auch mit was ihr euch schlagen lasst. Also das war sehr angenehm, würdest du sagen, ja? Der Abend, meinst du? Nee, also dieser Anfang, dieser Step auf der Party speziell, weil auf diesen anderen Partys, da... Da wird man eher ins kalte Wasser geworfen, aber bei den anderen Partys, also bei den öffentlichen Sexpartys, da steht ja auch zusätzlich noch das Tanzen und Beisammensein im Vordergrund. Und jetzt bei dieser Apartmentparty, da gab es keine Tanzfläche oder so, da ging es jetzt nicht darum, wir tanzen jetzt hier alle und dann ergibt sich eventuell Sex. Sondern das war halt schon wirklich darauf ausgerichtet, dass ganz klar diese Spielwiesen im Vordergrund waren. Und als die Veranstalterinnen dann ab einem gewissen Zeitpunkt gemerkt haben, so hey, die kommen zwar langsam alle in Fahrt, aber irgendwie noch nicht genug. Da wurde dann auch wirklich von den Veranstalterinnen so eine Art Flaschendrehen initiiert. Also da kam man sich dann ganz kurz wieder vor, wie mit 14. Und dann haben wir uns alle auf den Boden gesetzt und dann wurde halt Flaschendrehen gespielt. Und dann ging das halt so langsam in diese Stimmung über, dass die Frauen angefangen haben, sich anzunähern, miteinander rumzumachen. Dann haben sich hier und da Grüppchen oder auch Zweierkonstellationen gebildet. Und dann haben halt wirklich in diesem Apartment eigentlich alle nur noch Sex gehabt. Und dadurch, dass es da keine Ausweichmöglichkeiten gab, wie in einem großen Club jetzt, war das natürlich dann auch viel, viel präsenter, der Sex. Also in einem großen Club da, da musst du halt schon in die Ecken gehen, wo du dann irgendwie gucken willst. Aber an für sich siehst du da einfach eine riesenbunte Masse, die halt Spaß hat und sich gehen lässt und einfach nur der Lust im Rausch was whatever fröhnt. Weißt du, was ich mich frage oder was ich jetzt mal von dir wissen will und ich erzähle es dir dann auch. Warum, oder jetzt hast du ja auch schon ein paar mitgemacht, warum würdest du denn jetzt auf eine Sexparty gehen? Also was ist da so deine Fantasie oder deine Idee oder warum gehst du da hin? Ja, wie wir es eigentlich zu Beginn schon kurz angesprochen hatten, mir geht es in erster Linie so um Inspiration und einfach dieses freie Feiern. Also ich sage gar nicht, dass ich, also bis jetzt zum Beispiel könnte ich mir gar nicht unbedingt vorstellen, wirklich aktiv Sex auf einer Sexparty zu haben. So gar nicht? Also so aktiv? Also nee? Nee, weil jetzt die Male, wenn ich da war, ich fand das, wie gesagt, so witzige Erfahrungen, wie mit dem Stiefelriecher, so das war witzig. Dann hatten wir, glaube ich, auch in einer Folge schon mal drüber gesprochen oder der Mann, der mich gebeten hatte, dass ich ihn anal penetriere mit einem Strap-On. Das ist zum Beispiel auch auf einer Sexparty passiert. Sowas ja, aber an für sich fand ich irgendwie immer schon so diese ganze sexuell aufgeladene Stimmung, das Licht, die Musik etc. schon so reizüberfluten, dass mir das in dem Moment gereicht hat. Ich bin dann lieber in der Rolle der Zuschauerin, weil ich mich einfach, ja, vielleicht auch einfach so dieses Gefühl, wenn ich jetzt noch zusätzlich Sex hätte, hier passiert einfach so viel gerade. Ich glaube, ich könnte mich da nicht so krass fallen lassen. Das ist einfach so das Ding. Das liegt aber einfach daran, dass ich allgemein sehr sensibel bin, was irgendwie Geräusche, Empfindungen und so angeht. Und dafür geht mir da einfach zu viel ab. Also das ist dann wirklich eher so eine Inspiration für die Sinne, für die eigene Fantasie. Und ja, und es ist, wie gesagt, einfach ein super befreites Feiern. Also Frauen, wenn ich euch eins empfehlen kann, dann geht einfach mal auf eine Sexparty, nur um da zu tanzen. Ihr werdet dann wirklich einfach merken, das ist ein ganz anderes Level von Freiheit. Du kannst anziehen, was du willst und ja, es ist einfach alles in Ordnung. Es gibt keine blöden Anmachen. Du kannst halt auch sein, wie du willst. Ich glaube, das ist auch das, was mich daran faszinieren würde. Also es gibt zwei Fantasien, die ich habe oder zwei Ideen. Zum einen, ich glaube, dieses befreite Feiern trifft es voll, denn ich habe die Vermutung, dass es so ist. Wenn ich jetzt an Partys denke, wenn ich in einen Club gehe, dann ist es halt so, okay, du gehst feiern. Und warum gehst du hauptsächlich feiern? Klar, manche Leute feiern wirklich die Musik und tanzen gern. Aber es ist immer dieses Mann-Frau und Begehren und Angucken und schön und schick und hast nicht gesehen. Und dieses Verlangen, das ist irgendwie immer da und du weißt nicht, es ist halt dieser Club und Anmache. Und das schwingt da immer irgendwie mit und das ist total unangenehm, finde ich. Gehen in der Musikrichtung auch nochmal unterschiedlich stark ausgeprägt. Möglicherweise, genau. Und ich feiere immer so auf Hip-Hop und A&B und Black und da ist das, glaube ich, nochmal ein bisschen extra. Da ist es extrem krass. Ja, das macht mir auch gar keinen Spaß. Aus Erfahrung einer Barkeeperin kann ich das bestätigen. Und das macht mir auch gar keinen Spaß, in diesem Umfeld so zu feiern und dann so dieses Zwischenmenschliche zu erleben. Und ich glaube, auf dieser Party, auf dieser freien, befreiten Sexparty, da ist die Idee oder die Aura oder dieser ganze Konsens schon vorhanden. Es ist vollkommen legitim, hier sich irgendwie anzugucken, Dinge zu fragen, offen zu sein. Und das würde es, glaube ich, wahnsinnig angenehm für mich machen, dass ich weiß, hier darf alles passieren und hier wird jeder akzeptiert, so wie er ist, mit seinen Gedanken und seinen Wünschen und Fantasien und Gefühlen. Und ich glaube, das Feiern macht da auch ziemlich viel Laune dann. Und man hat halt die Option, einfach irgendwie geile Menschen zu treffen und auch mit denen Sex zu haben. Also zum einen würde ich da hin, weil das, glaube ich, cool ist, zum anderen, weil ich es mir einfach mal gern reinziehen würde. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die da irgendwie im Klo sitzen mit einem Schild und wo draus steht, bitte pinke mich an. Oder die da irgendwie die wildesten Sachen auf so einer Party treiben. Und also das würde ich mir auf jeden Fall angucken und das hart feiern. Und dann würde ich wirklich einfach eine Frau ansprechen und fragen, ob sie mit mir schlafen will. Es kommt ja darauf immer an, mit wem man da ist, glaube ich, und wer da so da ist. Oder wenn da jemand gerade auf so einem Gynäkologenstuhl sitzt oder an so einem Kreuz festgenagelt ist. Und das gibt da so wie so eine kleine Orgie, sage ich mal. Also ich würde mich anstellen. Ich weiß es nicht. Also ich würde, glaube ich, vieles auskosten, was in diesem Raum halt möglich ist. Das sind für mich so viele Optionen, weil diese Sexualität da einfach frei gelebt wird. Und ich würde da überall mal reinschnuppern. Also ich würde da alles mitnehmen, was ich mir so vorstellen kann. Und ich glaube, da ist so dieses Thema, wir haben ja letztens über Dreier gesprochen. Da ist so dieses Sex mit mehreren Menschen auch an einem Tag, also hintereinander irgendwie, alles mal ausprobieren und verschiedene Menschen zu erleben, auch in meiner Sexualität. Das ist, glaube ich, dann auch ganz geil oder auch mal gesagt zu haben irgendwie. Oder unterschiedliche Menschen zu erlebt haben, mit einer Frau, dann mit der anderen und noch einer. Und wie war das? Und unterschiedliche Dinge. Und in welcher Konstellation könntest du dir vorstellen, das nächste Mal ein Versuch zu starten, dort hinzugehen mit deiner Freundin oder mit Freunden? Ich glaube, Nadine, wir wollten mal auf eine Sexparty gehen, um darüber einen Podcast zu machen. Ja, eine Feldstudie betreiben. Richtig. Wenn man es auch noch ganz wichtig ist, das hatte ich eben gar nicht erwähnt, das finde ich zum Beispiel auch so befreiend auf den Partys, man gibt ja quasi am Eingang wirklich alles ab. Also es ist keine Garderobe im herkömmlichen Sinne, wie ihr die irgendwie aus Clubs kennt, sondern dort, das Einzige, was ihr im Endeffekt bei euch behaltet, ist eure Getränkekarte. Aber auch Handys etc., die werden nicht nur, da wird nicht nur die Kamera abgeklebt, wie das ja gerade in den Berliner Clubs gar nicht gäbe ist, mittlerweile auch in den Kölnern. Aber, sondern, ja, das Handy wird einfach komplett abgegeben. Und allein dadurch dieses Gefühl zu haben, okay, hier kann jetzt auch niemand irgendwie aus Versehen in der Ecke stehen und doch heimlich ein Video von mir machen, so das geht nicht. Und dadurch, dass sich da wirklich alles an Menschen trifft und alle Fantasien irgendwo vertreten sind, kommt man auch gar nicht erst in diesen Gedankenstruggle, so, hm, was denken denn jetzt bloß die anderen von mir, wenn ich das und das mache? Die haben halt auch kein Label einfach. Genau eben, es gibt einfach überhaupt kein Label, so alles kann, nichts muss, alles ist möglich. Und, ja, wie gesagt, dieses Freiheitsgefühl, also das ist immer das, was mir als erstes einfällt, wenn ich an Sexpartys denke, es ist absolute Freiheit und die beflügelt. Also ich würde nochmal kurz zu deiner Frage, ich glaube, ich würde es mal auf mehrere Arten und Weisen ausprobieren, mit meiner Freundin um dann mal zu gucken, weil das, glaube ich, finde ich dann einfacher, wie sie mit anderen interagiert und ich und wie sich der andere dabei fühlt, weil das ist so ein offener Raum und da kann man auch noch relativ schnell intervenieren und da ist es nicht dieses, okay, wir daten uns jetzt, um eine andere Person zu treffen und dann dieses Muss, um mal zu gucken, wie sich das anfühlt, sondern da ist es ja eigentlich schon, ja, hier, geh doch da mal hin, guck dir das mal an, so. Und da fühlt man das vielleicht auch in einem ganz anderen Kontext. Und ich würde aber auch auf jeden Fall alleine hingehen oder mit einer Affäre. Das würde ich auch ganz spannend oder geil finden, weil ich da halt nicht diese emotionale Bindung zu dieser Frau habe. Also oder nicht so eine starke wie zu meiner Freundin. Und alleine, ja, auf jeden Fall auch alleine. Wie bist du denn immer hingegangen? Ich bin meistens mit Freundinnen hingegangen und ich meine, klar, man hat ja dann auf der Party auch die Möglichkeit, das haben wir zum Beispiel gemacht, dass jeder mal kurz alleine auf Entdeckungstour gegangen ist, aber dann haben wir irgendwie einen Treffpunkt vereinbart, so, ey, wenn wir uns verlieren, wir treffen uns sonst einfach immer wieder an der und der Ecke, weil wie gesagt, es gibt keine Handys, du kannst dich nicht untereinander verständigen. So wie damals. Genau, so wie damals, aber ganz alleine würde ich dort nicht hingehen. Das liegt aber einfach daran, weil ich nun mal gerne im Kollektiv feiern gehe. So sei es jetzt Party oder Sexparty. Ich bin auch noch nie allein feiern gegangen, das ist schon ein bisschen weird. Wahrscheinlich mit einem Kumpel, damit man nicht so alleine ist. Oder mit dir, ich habe mich ja schon zehnmal erlebt. Genau, oder es macht halt auch Spaß, wenn dann irgendwie jeder was erlebt und dann trifft man sich auf einmal wieder und tauscht sich irgendwie aus. Das hatte ich zum Beispiel auch mal, als ich mit zwei Freundinnen dort war. Dann haben wir uns dann irgendwie eine Stunde oder so alle verloren. Und dann, als wir uns wieder getroffen haben, hatten wir auf einmal so geile Sachen zu erzählen, die wir unterwegs erlebt haben. Und das ist ja dann auch cool, wenn man dann in dem Moment so, ja, man gemeine Erlebnisse teilen kann direkt. So eine Sexparty müssen, also ich sollte das mal ausprobieren. Ja, definitiv. Jeder sollte das, wie gesagt, das ist schon ganz lange in meiner Fantasie und in meinem Kopf, um einfach mal das erlebt zu haben, mal eine andere Art von Feiern gehen auch. Und einfach. Sexualität erleben möglicherweise. Und man muss es ja auch nicht. Eben, du musst auch keinen Sex haben. Ihr müsst keinen Sex haben. Ja, das ist vielleicht auch so ein Vorurteil, das habe ich zumindest manchmal als Feedback auch gekriegt von Leuten, die dann sagten so, ey, ich kann mir das zwar irgendwie vorstellen, aber ich habe Angst, dass ich dann irgendwie da versage, wenn ich auf einmal unter Druck stehe, Sex zu haben. Und ich meine so, ey, niemand zwingt dich. Also du kannst auch einfach nur gucken oder du kannst einfach nur tanzen, du kannst machen, was du willst. Und auch da wieder, genauso wie wir das in der letzten Folge auch am Ende angesprochen hatten, als es um Dreier ging. Also es gibt wahrscheinlich genauso viele auf der Party, die die gleichen Ängste und Unsicherheiten haben wie du. Und deswegen ist es auch völlig okay, das einfach offen rauszuhauen oder sich auch anmerken zu lassen. Weil ja, Sex in der Öffentlichkeit ist nun mal was, was nicht gang und gäbe ist, was jetzt keiner von uns irgendwie ständig erlebt, behaupte ich mal. Nee, gar nicht. Ich hatte nur einmal in der Öffentlichkeit Sex auf der Tischtennisplatte. Aber das war dunkel und da war eigentlich keiner. Aber das war eine andere Geschichte. Und das war ziemlich hart. Aber ich rede nicht von meinem Penis. Wir hören jetzt auf mit dem schlechten Witzen. Übrigens, da sind überall Kondome, ne? Ja, genau. Das finde ich war gut übrigens. Ja, das ist auch noch ganz wichtig. Also für Schutz und Sicherheit ist gesorgt. Es gibt Lecktücher, es gibt Kondome. Und ja, in guten Clubs wird auch wirklich auf Hygiene geachtet. Also, dass man schon merkt, dass da zwischendurch auch mal einer vorbeigeht und irgendwie was abwischt oder desinfiziert. Wenn dann mal wie jemand wieder auf den Boden masturbiert, wenn er dein Stiefeld riecht. Genau, eben. Oder dann gibt es, es gibt auch, in manchen Clubs gibt es sogar Duschen. Also, wo du dann halt auch zwischendurch echt mal eben unter die Dusche hüpfen kannst. Cool. Und ja, also da ist wirklich für alles gesorgt. Seid offen, guckt es euch an. Ja, probiert es aus und lasst euch inspirieren. Das klingt toll. Von daher, ihr Lieben da draußen, wenn ihr dazu auch noch tolle Geschichten habt, schreibt sie uns gerne per E-Mail podcast.eis.de. Genau, oder ihr findet uns auch auf Instagram und zwar unter eis.de und da könnt ihr uns auch gerne von euren Erlebnissen erzählen oder vielleicht ist ja noch die ein oder andere Frage bei euch gerade aufgeploppt. Und ja, wir freuen uns immer von euch zu hören. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.